Moin Moin Freunde, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch-Video. Seit dem Reveal von Overwatch 2 schwebt eine sehr, sehr große Frage über der ganzen Ankündigung und, naja, über der Tatsache, dass Overwatch 2 erscheint. Und zwar die große Frage, wann erscheint Overwatch 2 eigentlich? Zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir das nicht und es gibt kein offizielles Statement von Blizzard. Die eine Sache, die wir wissen, ist, dass Blizzard gesagt hat, wir haben noch eine Blizzcon vor uns, wo über Overwatch 2 gesprochen wird. Das heißt jetzt im Umkehrschluss aber nicht, dass Overwatch nicht mehr dieses Jahr erscheinen könnte. Das heißt, selbst wenn im November auf der nächsten Blizzcon über Overwatch 2 gesprochen wird, meist findet die Blizzcon ja in der ersten Novemberwoche statt, dann könnte es trotzdem sein, dass Ende November vielleicht Overwatch 2 erscheint, dass Overwatch 2 noch im Dezember erscheint. Oder wenn Blizzard Pläne umwirft, dass es vielleicht auch noch vorher erscheint. Man wirkte ja auf der diesjährigen Blizzcon noch so ein bisschen ratlos, wie das mit der Entwicklung alles läuft und deswegen hat man uns da ja auch noch keinen Termin gegeben. Jetzt sieht es aber so aus, heute Nacht bzw. gestern Abend hat der brasilianische Playstation Twitter-Account gepostet, dass Overwatch 2 noch in diesem Jahr erscheinen soll. Und jetzt muss man ganz klar sagen, das Ganze ist, obwohl das von Playstation selbst kommt und Sony ist ja ein Partner von Blizzard, das heißt, in der Regel sollte man davon ausgehen, dass die ungefähr wissen, wann so ein Spiel erscheint, weil man mit seinem Partner natürlich darüber spricht. Es ist heute Nacht aber was Interessantes passiert und zwar hat der brasilianische Twitter-Account von Sony bzw. von Playstation direkt, die haben ein Statement rausgehauen bzw. eine kleine Werbung für Overwatch 2, wo drin stand, dass Overwatch 2 noch in 2020 erscheinen soll. Ja, das müssen wir ganz klar hier zum Start sagen, nur weil Sony, nur weil Playstation das behauptet, obwohl die jetzt Blizzard-Partner sind, das heißt natürlich reden beide Unternehmen und beide Unternehmen möchten natürlich auch irgendwo mal im Verlauf des Jahres Promokampagnen für ein Spiel starten, heißt das noch nicht unbedingt, dass dieses Statement, was dort veröffentlicht wurde, 100% der Wahrheit entspricht. Blizzard ist eine Firma, die veröffentlichen Sachen wirklich erst dann, wenn sie fertig sind. Und selbst wenn man vielleicht Sony gesagt hätte, übrigens, wir planen vielleicht 2020, hat das noch nichts zu bedeuten. Genauso gab es im letzten Jahr, schon vor der BlizzCon, gab es Pre-Order-Seiten, wo auch Overwatch mit 2020 gelistet wurde, Instant Gaming zum Beispiel. Die wussten das aber definitiv nicht, die haben einfach für eine Pre-Order-Seite quasi ein Datum draufgesetzt. Ja, die Sache ist aber trotzdem die, es ist natürlich sehr interessant und es könnte natürlich wirklich sein, dass zwischen beiden Firmen, also in dem Fall jetzt Sony und Blizzard, schon Gespräche stattgefunden haben, dass der Tweet tatsächlich legit ist, also dass die momentanen Pläne sind, das Spiel in diesem Jahr zu veröffentlichen, dass einfach der Tweet in dieser Form nicht rausgehen sollte, dass diese Info da gar nicht reingehen sollte. Auf der anderen Seite kann es ein menschlicher Fehler sein. Trotzdem wollte ich mit euch heute mal drüber reden. Was man sagen muss, es wird natürlich noch sehr interessant und man kann nur hoffen, dass Blizzard sich sehr, sehr bald zu dieser ganzen Thematik mal ein bisschen äußert und uns vielleicht zumindest sagt, okay, Overwatch erscheint dieses Jahr oder es erscheint halt nicht dieses Jahr. Ich glaube, viele von uns brauchen noch nicht mal ein spezielles Datum zum aktuellen Zeitpunkt, weil wir alle wissen, das Spiel wird vermutlich in der letzten Jahreshälfte erscheinen, wenn es dieses Jahr erscheint. Aber es wäre zumindest schön, sich so ein bisschen drauf vorzubereiten, denn ich denke tatsächlich auch der nächste Helden-Release wird so ein bisschen reinspielen, wann Overwatch 2 nun erscheint. Das heißt, wenn Overwatch 2, sagen wir jetzt mal, im nächsten November erscheint, irgendwie so kurz nach der BlizzCon oder sowas, wo man nochmal so letzten Hype mitnimmt, dann könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass der nächste Held vielleicht schon im März kommt. Wir wissen ja, wir kriegen noch mindestens einen Helden bis zum Release von Overwatch 2 und dadurch, dass wir im November keinen Helden bekommen haben, hätte man dann so eine gute Zeitspanne quasi. Mach den im März raus, dann hast du ein halbes Jahr, bis quasi Overwatch 2 da ist und das wird ganz gut passen. Wenn aber jetzt wirklich Overwatch auf 2021 geschoben wird, dann denke ich auch, dass der Held in diesem Jahr deutlich später erscheint, weil Blizzard natürlich auch irgendwo überbrücken muss. Die müssen, man kann halt nicht Content jetzt raushauen und dann das ganze restliche Jahr nicht mehr. Das heißt, ich glaube schon, dass Blizzard dann ein bisschen, ja, für den Übergang planen würde. Ja, am Ende des Tages, all das ist Spekulation. Was wir haben, ist jetzt der Tweet vom Playstation. Wie war der, ist da immer dahingestellt, wie die Pläne aussehen. Trotzdem wollte ich mit euch mal ganz kurz drüber reden. Und mich würde interessieren, was denkt ihr? Denkt ihr wirklich, wir kriegen Overwatch 2 dieses Jahr? Glaubt ihr, es wird so oder so erst 21 werden, wenn das Spiel rauskommt? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und lasst uns dort mal ein bisschen drüber quatschen. Mal sehen. Untertitelung des ZDF, 2020